Am 16. Juli 1994 hielt die Welt den Atem an. Forscher aus aller Herren Länder starrten gebannt auf die Bildschirme und beobachteten die größte Explosion, die jemals in unserem Sonnensystem aufgezeichnet wurde. Etwas war in den Jupiter eingeschlagen und hat dabei die Energie von 50 Millionen Hiroshima-Bomben freigesetzt. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um alles über diese im wahrsten Sinne des Wortes galaktische Explosion zu erfahren. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTuber-Grhythmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank Leute und herzlich willkommen! Lasst uns das Video mit der Liebesgeschichte zwischen Caroline und Eugene beginnen, die alles andere als ein klassisches Liebespaar waren. Sie saßen nicht abends auf der Couch und schauten gelangweilt die Nachrichten oder Netflix oder wühlten an Sonntagen in Beten herum und schlürften dabei Prosecco. Nein, die beiden haben ihr Eheleben etwas anders gestaltet. Sie widmeten ihre gesamte Zeit und Energie dem Himmel. Sie, eine renommierte Planetenforscherin, die rund 800 Asteroiden entdeckte, eher bekannter Geologe und Planetologe, der unter anderem an der Entwicklung von der Apollo-Mission beteiligt war. Beide waren also super erfolgreich in dem, was sie taten und trugen wesentlich zur Erforschung unseres Sonnensystems bei. Als die beiden am weltweit bekannten Palomar Observatorium in Kalifornien so in die Sterne guckten, lernten sie eines Tages David Levy kennen, der zu der Zeit als Astronom arbeitete und den Himmel nach Kometen und Asteroiden absuchte und bei einer astronomischen Tagung in Arizona einen Vortrag über seine Arbeit hielt. Das Ehepaar hörte diesen Vortrag und lud den Astronomen ins Palomar Observatory ein. Hieraus hätte sich jetzt natürlich eine super GZSZ-geeignete Story mit Dreiecksbeziehungen, Eifersüchteleien und am Ende Mord und Totschlag entwickeln können, aber wie gesagt widmeten diese Leute ihre Energie komplett der Astronomie. Wie langweilig! Ich schalte jetzt wieder zu Netflix! Ich verspreche euch Leute, dass diese Geschichte wirklich spannender zu Ende gehen wird als jedes Soap. Das Ehepaar und Herr Levy trafen sich also im Observatorium wieder und entschieden sich dazu, in einem gemeinsamen Projekt den Himmel nach Kometen abzuscannen. Seitdem arbeitete Levy mit den Shoemakers zusammen und eines Tages ging ihnen dann ein richtig dicker Fang ins Netz. Am 24. März 1993 bemerkten die Forscher etwas Ungewöhnliches auf ihrem Bildschirm. Nach mehreren Untersuchungen stellten sie fest, dass sie einen Kometen in der Nähe des Jupiters aufgenommen hatten, der aufgrund der extremen Gravitation des Planeten in 21 Teile zerbrochen war und sich auf eine sehr ungewöhnliche Umlaufbahn um den Planeten begeben hatte. Den schlauen Füchsen unter euch fallen hier schon zwei ungewöhnliche Sachen auf. Erstens, der Komet bewegt sich nicht wie andere Kometen um die Sonne, sondern er flog in einem elliptischen Orbit um den Jupiter. Der Jupiter ist so schwer, dass er einfach mal andere Objekte von ihren Umlaufbahnen ziehen und sie dazu zwingen kann, sich um ihn selbst zu drehen. Tatsächlich sind viele seiner Monde eingefangene Asteroiden, die eigentlich anderes vorhatten und nun dazu verdammt sind, sich auf ewig um den Gasriesen zu drehen. Stellt mal vor, ein Fettsack entführt euch und zwingt euch für immer dazu, sich um seine Speckrollen zu drehen. So ungefähr ist das. Und der zweite außergewöhnliche Fakt ist, dass der Komet aufgrund der Gravitationswirkung des Jupiters in einzelne Teile zerbrach. Die seltsame Umlaufbahn und die Fragmentierung eines Kometen sind schon sehr kuriose Eigenschaften. Allein deswegen lohnte sich also schon eine weitere Dokumentation der Flugbahn. Aber was die drei Forscher dann entdeckten, das war wirklich absolut einmalig. Der Komet sollte mit dem Jupiter kollidieren. Ihr mögt jetzt vielleicht sagen, ja jo, dann schlägt da halt so ein Krümel in die Wolken von dem Planeten ein, ist mir doch real, das passiert doch andauernd. Ja, das stimmt, auch auf der Erde schlagen täglich Steinchen aus dem Weltall ein. Und zwar nicht wenige, sondern wirklich viele. Schätzt mal, wie viel Gramm oder Kilogramm oder sogar noch mehr an Steinen aus dem Weltraum jeden Tag auf der Erde einschlagen. Und schreibt mir euren Tipp in die Kommentare. Die Anzahl ist nämlich wirklich faszinierend. Und ich bin sehr gespannt, wer von euch der richtigen Antwort am nächsten kommt. Aber Leute, nicht schummeln. Es war eben das erste Mal, dass Astronomen einen Kometen entdeckten, der auf eine Kollision mit einem anderen Planeten zusteuerte. Der Impact von diesem Kometen, den die Forscher übrigens Shoemaker Levy 9 nannten, ist aber aus vielen Gründen wirklich von besonderem Interesse für uns. Und nein, es geht nicht darum, dass sich diverse Regisseure wie Michael Bay von so einem Impact-Szenario für ihren nächsten Hollywood-Streifen haben inspirieren lassen. Wobei ich sagen muss, dass Armageddon wirklich ein hervorragender Film ist und Bruce Willis nie besser performt hat als ein Asteroidensprengender Bohrmeister. Also sorry, Bob der Bohrmeister ist dagegen sowas von lahm. Meine Kinder werden Serien gucken wie Bruce der Asteroidensprenger oder so. Aber zurück zu unserem Kometen. Nachdem bekannt wurde, was mit dem Kometen los war, wurden Teleskope auf der ganzen Welt und auch im Weltraum auf den Jupiter ausgerichtet. Das war wirklich so ein richtiger Promi-Moment für den Gasriesen. So viel Aufmerksamkeit hat er bis dahin noch nie bekommen. Sogar mehrere Raumsonden richteten ihre Antennen in Richtung Jupiter. Die Galileo-Sonde etwa befand sich zufälligerweise gerade um die Ecke und konnte den Kometen aus nächster Nähe beobachten. Die Ulysses-Sonde und auch Hubble und Voyager 2 ließen sich das Spektakul natürlich nicht entgehen. Ein bisschen wie wenn Helene Fischer hier auf dem Polar Wiesen in Köln performen würde oder so. Nur dass die Auswirkungen eines Konzerts mit ihr bei weitem nicht so drastisch sind wie die eines Kometeneinschlags. Wobei, ich muss sagen, ich wüsste gar nicht, was schlimmer ist. Also wie gesagt, alle Augen starrten dann ab dem 16. Juli 1994 nach oben und jeder wartete gebannt darauf, was passieren würde. Und das Ergebnis war dann wirklich atemberaubend. Und als die Fragmente des Kometen auf den Jupiter aufprallten, entstanden massive Explosionen in der Atmosphäre. Und massiv ist ehrlich gesagt noch untertrieben. Es gibt kein Wort, dass diese Explosionen auch nur annähernd beschreiben könnten. Die Einschläge waren so energiereich, dass die Teleskope auf der Erde sie locker beobachten konnten. Der Komet raste mit einer unfassbaren Geschwindigkeit auf dem Planeten zu mit rund 216.000 Kilometern pro Stunde. Das ist fast so schnell, wie ich davon renne, wenn meine Frau mir wieder sagt, ich soll die Spülmaschine ausräumen. Also, die Fragmente breiten wirklich super schnell auf die Wolkenschichten ein und setzten dabei Energie von nicht nur einer Hiroshima-Bombe frei. Nicht zwei, nicht zehn, sondern von 50 Millionen Hiroshima-Bomben. Ein Aufprall eines solchen Kometen auf der Erde würde zweifelsfrei zur Ausleuchtung aller Spezies auf dem Planeten führen. Außer Bärtierchen. Bärtierchen überleben immer. Ich liebe Bärtierchen. Wir haben es hier also mit der größten, jemals beobachteten Explosion im Sonnensystem zu tun. Manche Fragmente des Kometen waren zwei Kilometer groß und erzeugten Einschlagkrater in der Wolkendecke, die so groß wie die Erde waren, riesige Feuerbälle entstanden und schockartige Druckwellen überzogen den Planeten und verursachten massive Störungen in der Jupiter-Atmosphäre, Blitzentladungen, Luftdruckschwankungen und einen Anstieg der Temperaturen auf 30.000 Grad. Schichten aus Gas und Staub wurden durch den Aufprall in die Höhe geschleudert und bildeten gigantische Trümmerwolken, die trotz der enorm hohen Anziehungskraft des Jupiters bis zu 3.000 Kilometer hoch barsten. Also die gesamte Größe von Australien. Das war wirklich überraschend, weil die Astronomen nicht wirklich damit gerechnet haben, solche Nachwehen der Explosion festhalten zu können. Diese Trümmerwolken stürzten dann wieder zurück und verglühten in der Jupiter-Atmosphäre. So ein Ereignis macht etwas mit einem. Im Falle des Jupiters waren es Narben in Form von großen dunklen Löchern in der Atmosphäre, die noch monatelang von unseren Teleskopen wie zum Beispiel Hubble zu sehen waren. Dadurch gewannen die Forscher wertvolle Informationen über die atmosphärischen Bedingungen und die Prozesse in der Atmosphäre des Jupiters. Für sechs Tage lang war der arme Jupiter diesem enormen Bombardement der 21 Kometenfragmente ausgeliefert und die Forscher konnten vor allem nach dem Einschlag unfassbar viele Daten und Informationen sammeln und mehr über die Eigenschaften der Jupiter-Atmosphäre, wie zum Beispiel die chemische Zusammensetzung oder die Temperatur oder die Dichte erfahren. Eine Erkenntnis war zum Beispiel, dass die Wolken, die durch den Einschlag entstanden waren, große Mengen an Schwefelverbindungen enthielten. Ganz konkret wurde Schwefelwasserstoff in den Wolken nachgewiesen. Vor dem Einschlag war die genaue Verteilung und Menge von diesen Stoffen völlig unbekannt. Die Forscher konnten auch Silizium, Eisen und Magnesium nachweisen, wie auch große Mengen an Wasser, womit wirklich niemand gerechnet hätte. Außerdem konnten die Forscher auch die Verteilung von Wasserdampf und Ammoniak in der Atmosphäre kartieren. Aber die wohl wichtigste Erkenntnis lautet, große Objekte aus dem All können jederzeit die Planeten unseres Systems treffen. Der Jupiter wirkt ja wie ein Magnet und alle großen Objekte im Sonnensystem zieht er erstmal an und er schützt somit die Erde vielleicht auch vor Einschlägen. Aber trotzdem ist es kein Wunder, dass in den 90er Jahren der Fokus auf die Planetenabwehr gerichtet wurde. Shoemaker-Levy 9 war so eine Art Weckruf für Hollywood-Größen, aber auch für die NASA, die im Jahre 1998 das Neo-Programm ins Leben gerufen hat. Das ist eine Initiative, die sich auf die Entdeckung, Beobachtung und das Verständnis von Asteroiden und Kometen konzentriert, die sich in der Nähe der Erde befinden. Shoemaker-Levy 9 hat also allen nochmal die Bedrohung von potenziell gefährlichen Asteroiden und Kometen ins Bewusstsein gerufen und mit dem Neo-Programm wollte die NASA besser vorhersagen, welche Objekte der Erde wirklich gefährlich werden können und dann Maßnahmen ergreifen, um eine Kollision mit der Erde zu verhindern. Hier kommt dann wieder vielleicht Bruce Willis ins Spiel, denn so Science-Fiction-mäßig ist seine Aktion auf dem Asteroiden gar nicht. Die NASA hat sich verschiedene Ideen ausgedacht, um einen gefährlichen Asteroiden von der Bahn abzulenken. Möglich wäre es zum Beispiel, den Asteroiden oder Kometen mit einer Sonde zu treffen und durch den Impact der Sonde eine Bahnabweichung zu erzeugen, was die NASA jetzt auch schon erfolgreich getestet hat im Rahmen des DART-Programms. Oder aber man könnte den Asteroiden mit einem nuklearen Sprengsatz treffen, was natürlich ein bisschen brachialer wäre. So oder so hat Shoemaker-Levy 9 die Forscherwelt aufgerüttelt und uns einige Erkenntnisse beschert über die kosmischen Einschläge und ihre Auswirkungen auf die Planeten. Kurzer Hinweis darauf, dass ich ganz knapp vor den 150.000 Abonnenten stehe. Wenn ihr dieses Video schaut und noch nicht abonniert habt oder weltraumbegeisterte Freunde und Verwandte kennt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir helft, die 150.000 voll zu machen. Danke Leute! Ich lebe übrigens gerade auf Sizilien und auch wenn man sich das hier nicht so richtig vorstellen kann, war unsere Erde mal ein Schneeball. In der massivsten Eiszeit, die es jemals gab, war die Erde von den Polen bis zum Äquator gefroren. Und nun haben Forscher etwas Unglaubliches zu dieser Zeit, die man Cryogenium nennt, herausgefunden. Droht uns etwa wieder eine solche Eiszeit? Das erfahrt ihr im angezeigten Video, klickt unbedingt mal drauf. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann gönnt euch im Weltraumshop die Shirts aus den Videos, echte Meteoriten und von mir signierte Bücher. Jeder Kauf hilft mir, den Kanal weiterzuführen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!